Angesichts der jüngsten judenfeindlichen Ausschreitungen will die FDP-Fraktion im Bundestag genau prüfen, wie Antisemiten künftig rechtssicher von einer Einbürgerung ausgenommen werden können. Die Union fordert, dass Bewerber für die deutsche Staatsangehörigkeit ein Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel abgeben müssen. In Augsburg haben Unbekannte unterdessen bereits zum zweiten Mal die Israel-Flagge, die vor dem Rathaus hing, heruntergerissen und beschädigt. Augenzeugen filmten die Tat. Die Stadt Augsburg hatte die Flagge gehisst, um nach dem Angriff der Hamas auf Israel Solidarität zu zeigen. Bereits in der vergangenen Woche war sie heruntergerissen worden. Zudem sei versucht worden, sie anzuzünden. Zwei Verdächtige sitzen bereits in Haft. Um die Israel-Flagge vor Beschädigungen zu schützen, will die Stadt sie künftig abends abnehmen. Der Ordnungsdienst wird außerdem verstärkt. Man muss den Tätern zurufen, es ist eine Straftat, wer die Flagge Israels beschädigt oder sie verbrennen möchte. Ich will sogar hinzufügen, all diejenigen, die eine solche Tat begehen, sollten auch keine Chance mehr haben, wenn sie Ausländer sind, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Man muss klar und deutlich sagen, diese Flagge Israels steht nicht nur für unsere Solidarität mit dem Staat Israel, sondern auch dafür, dass in Israel die einzige parlamentarische Demokratie im Nahen Osten angegriffen wird. Und damit werden auch unsere Werte angegriffen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann geht's hier auf der Suche seid.